Hallihallo liebe Freunde, ich weiß, ihr mögt wahrscheinlich gar nicht so viel Call of Duty sehen, aber ich habe jetzt mal wieder eine Runde gezockt und ich muss sagen, manchmal sind die Call of Duty Leute einfach ganz schön daneben. Das ist eine schöne Runde, die ich eigentlich fast unkommentiert so stehen lassen will, ihr werdet am Ende wissen warum. Und dann wird es auch gleich geladen sein und dann würde ich sagen, geht's los. Es war einfach unglaublich lustig, ich wurde am Ende als Hacker beschimpft, viel Spaß. Das ist eine gute Idee. Was ist das? 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 Ja, meine Was ist das? Wir sind die